Viele tausende Menschen warten schon seit den Morgenstunden auf den Einlass zum diesjährigen Schauerball. Security-Personal versucht, Jung und Alp in Schach zu halten, um die Sicherheit von über 100 Celebrities zu gewährleisten. Sie lassen ja nicht zum ersten Mal am Schauerball ihr Tanzbein schwingen. Wo geht denn hier die Party ab? Ja, ja, also ich war eigentlich immer da hinten bei Haugies Nudeln, nur heuer geht das nicht mehr so gut. Jetzt dachte ich, ich check mal die neue Disco-Up mit dem heißen DJ, die ist auch gleich da hinten. Schaut vorbei. Was erwartet ihr denn heuer von der Mitternachtsanlage, Boys? Ähm, echt geile Chickas hier am Start. Wir erwarten einiges. Soll die beste Mitternachtsanlage aller Zeiten werden. Also ich hab mir heuer schon eine Taktik für die Tombol ausgedacht. Ich hab mir einfach alle Nuse gekauft und ja, da wär ich heuer kräftig abzuhören. Na, wer wird denn heuer Ballkönigin? Ja, also ich weiß ja nicht, was heuer wird, aber ich hab mein Kleid sogar selbst gebastelt. Also, hm. Ja, happy outside! Yo, let's groove! Alright now! Alright now! Vielen Dank.